Da warst du richtig! Wo war ich richtig? Ja, das spielst du atmosphärisch. Eine positive Überraschung. Genau, 2015. Wo, wo, wo? Ja, bin ich denn jetzt da oben richtig oder bin ich hier richtig? Weil die Tür krieg ich ja gar nicht offen. Ich schau mich mal hier um. Achso, genau, das ist der Raum, den wir ja gerade gesehen haben, ne? Ah, vielleicht muss ich die Tür ja auch schließen, die andere. Das kann natürlich sein. Ist aber gut, dass man von dem Spiel auch so keine Hilfen kriegt, dass du gesagt kriegst, ja, du musst die andere Tür schließen, um die andere zu öffnen. Da ist man nämlich dann erstmal so ein bisschen unter Druck. Das ist schon sehr geil. Leitungkappen? Ist auch ein guter Tipp gewesen. Macht überhaupt keinen Krach. Nur mal so als Info. Aber wir sollen noch... Aua! Ah! Was? Was? Oha! 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 Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Ah! Geh weg! Ah! Ja, haben wir das auch mal gesehen? Wir sind mal gestorben. Scheiße! Haben wir das auch mal gesehen? Verdammt! Zieh mal die Kabel. Viel Spaß gleich. Klangst du erst bei? Ich dachte, du wärst da noch nicht gewesen. Scheiße! Wenn wir... Wenn wir... Vielleicht sollten wir rennen. Vielleicht sollten wir einfach nur rennen. Ich weiß, es macht zwar Krach, aber vielleicht sollten wir rennen. Vielleicht sollten wir einfach nur rennen. Okay, ich fang wieder mit den hinteren Kabeln an. Sind die... Warte mal. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mach die Türen auf. Ich mach erstmal die Türen auf. Das ist erstmal das Erste, was ich mache. Achso, du kennst das aber schon. So, offiziell zum ersten Mal vollgeschissen. Wo ist denn hier nochmal der Ausgang gewesen? Warte mal. Du musst erstmal hier mal ihre Orientierung wie eine Weißbrotscheibe, wisst ihr ja. Die Tür mache ich jetzt erstmal offen. Damit ich hier schon mal die Tür offen habe. So, und wir müssen dann runterlaufen, die Treppen gleich. Nach unten zum Schiff will ich dann rennen. Weil den kann es ja nur einmal geben, den Typen. Der kann ja nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, ne? Na, nimm das Ding an. Und jetzt lauf. Lauf bloß. Lauf bloß. Lauf. 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 Scheiße, wo muss ich hin? Lauf. 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 Scheiße, Sackhause. Nein. Scheiße. Scheiße. Ich dachte, das wäre der Raum mit dem... mit dem Dings. Mit den Computern. Scheiße. Voll falsch gelaufen. Scheiße. Willst du einen Tipp haben? Wenn der Tipp gut ist, ja, auf jeden Fall. Scheiße. Fuck. Prost zusammen. Ach, du Kacke. Boah. Boah, jetzt mal gleich eine Valium. Ah, Hitman. 404, vielen Dank für die Freundschaftsanfrage. Nehme ich an, sobald der Stream beendet ist. Ah. Scheiße, wo muss ich hin? Ich muss erst mal den Weg gucken. Also, ich will auf jeden Fall weiter rennen. Das ging ja eigentlich. Wir konnten den ja gut abhängen mit Rennen. Hier mussten wir hin, oder? Bewerfe es mit Pupu. Oder? Warte mal, mussten wir hier hin? Ach, hier ist auch noch eine Tür. Du musst ja dann Omnitool rennen. Oder? Wie heißt das? Ja, ja, mein Omnitool ist aber im Schiff, ne? Ach, hier ist die Treppe. Hier müssen wir dann nach unten laufen. Ich muss ja zum Schiff. Weil im Schiff ist ja mein Omnitool. Gut, jetzt weiß ich, wo ich hin nicht muss. Alles klar. Ich hoffe, ich hoffe, ich schaffe das. Weil Tür zumachen dauert zu lange, definitiv. Mein Gott, Alter, du verdammtes Fehl-Pick-Misskind. Geh mir nicht auf den... Mein Gott, geh mir nicht auf den Sack mit deinen Scheiß-Link-Posterei, you fucking little Bastard. Fuck you. Fick dich, du scheiß kleines Pisskind. Unfassbar, ey. Das glaubst du nicht. Lauf, lauuf, 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 lau lauf, 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 lauf! Das ist der Lauf! SCHEIavingside, Lauf! Wo lang, wo lang, wo lang, wo lang? Moß ich, wo lang, wo lang Lauf, 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 lauf! Lauf, lauf, lauf! Scheiße, wo muss ich lang? Hier links war das, hier links war das, hieră links war das LAUUUUUUUUUUUUUFF YoshioSp которого Covikind6 OGAK SE Tonyos envision iOS Alter! Alter! Bring mich bloß weg von hier! Bring mich bloß weg von hier! Boah, wir haben's! Wir haben's! Boah, wir haben's geschafft, ey! Oh, was das für ein Game ist? Das ist, äh, Soma! Das Spiel heißt Soma! Ähm, und willkommen, Jan! Willkommen zur Let's Play Live Show! Oh! Oh! Wir sind tot, was? Wir sind tot, was? Jetzt hat er nicht nur Pipi in den Augen, ich glaube ja! Jetzt hab ich auch Pipi woanders! Wo sind wir? Sind wir noch im Schiff? Wir sind noch im Schiff, ja! Oh, ich muss das Omnitool kriegen! Ach du heilige Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Scheiße! Wie kommen wir denn hier raus? Was ist das? Ich muss das drinking-papet machen! Ja, ich muss das nicht gemacht! Was ist das? Gestrandet habe ich gerade die Trophäe erhalten. To Thea. Müssen wir jetzt erstmal den Weg finden. Boah, das ist gerade ein purer Stress, oder? Alter Schwede, ich, ähm... Das Spiel ist gruseliger als die Trailer. Äh, Trailer habe ich ja nie gesehen. Ich habe mir ja nichts davon angeguckt. Oh, guck mal. Oh, wie süß. Hey, kleiner Freund, bleib mal hier. Hey, bleib mal hier. Guck mal, Mr. Krabs läuft da. Dum, 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 dum. Ah, wo sind wir denn jetzt, ey? Oh, um Gottes Willen. Boah, wat'n Stress. Ich werde zu alt für den Scheiß. Ohne Spaß, ich werde zu alt für den Scheiß. Ich laufe jetzt einfach mal diesen Weg hier entlang. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Müssen wir mal gucken. Da hat sich meine Kackwurst auf jeden Fall gerade erst mal einen Meter höher geschraubt. So nach draußen. Sieht aus wie Schienen, ne? Irgendwie. Wo wir sind, nicht im Sea Life. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, Sea Life sieht anders aus. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Guck mal, da hinten läuft schon wieder Mr. Krabs. Unter dem Meer, lalala. Unter dem Meer, lalala. Hey, Mr. Krabs. Wo ist Mr. Krabs hin? War doch gerade hier, oder? Hey, Mr. Krabs. Zu Mama. Entschuldigung. Boah, das ist so riesig, ne? Nicht mit meiner... Orientierung. Wie eine Weißbrotscheibe. Mach mal ein Silphie. Warte. Hey, Wally ist wieder da. Warte, ich mach mal ein Silphie. Warte. So. Geld, 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 Geld. Nicht so allflexig. Wir erschrecken uns bloß mehr. Boah, wie geil das aussieht. Ist ja der Hammer. Brust, Samia, Brust. Alter, Verwalter. Wo sind wir denn hier? Was steht in der Art? Schon wieder Zeppelin-Transport-Delta. Kann das sein, dass es das, der Zug ist, den wir immer sehen? Oh. Ich glaube... Dem geht's nicht so gut. Der hat irgendwie... Zeppelin unter Wasser kann ich mir schwer vorstellen. Ob das vielleicht diese Kapsel ist, womit wir geflogen sind vorhin? Hier geht's rein nach Delta. Was trinkst du? Ich trinke Wasser aus einer braunen Flasche. Hey, mein Freund macht das wieder auf. Oh, ist sehr lecker. Wasser aus einer braunen Flasche ist sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Na, hallelujah. Ich hab gedacht, wir sind endlich mal durch, aber... Was das früher hier mal gewesen ist, würde mich mal interessieren. Und wieder Fisting Time. Fäkalschlacht im Darmschacht. Teil 2. Morgen im Kino. So. Okay. Da haben wir eine Karte. Aber das haben wir ja, glaube ich, schon gesehen, ne? Okay. Was ist meine Lieblingsserie? Ich hab eigentlich gar keine Lieblingsserie, bin ich ganz ehrlich. Also, ich bin eigentlich einer der Menschen, die kaum Serien gucken, bin ich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, Under the Dome hab ich wohl zwei, also zwei Staffeln, oder beziehungsweise eher doch zwei Staffeln gesehen. Aber sonst bin ich nicht so der, weil ich kann mich dafür nicht so... Ich bin nicht so der Typ, der, der, was so bei Serien ist ja immer, gibt's da so eine Pilotfolge, die geht aber meistens mal so über eine Stunde. Und dann, die Serien gehen immer so um die 42 bis 45 Minuten. Und ich kann nicht darauf immer warten. Boah, boah, das ist jetzt so spannend. Ich muss... Ich will wissen, wie es jetzt weitergeht. Und nicht erst in zwei Wochen, wo die nächste Folge kommt. Ich bin da nicht so ein Typ, der so warten kann bei sowas. Was? Scheißt man auch in dem Game? Weiß ich nicht, ob man da scheißt. Kann ich dir nicht sagen. Äh, schießt. Entschuldigung. Schießen? Nein, ich glaube nicht. Und vor allem in dem Game. 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 In dem Game schießt man nicht. Nein. Spongebob. Irgendwann geht der Kopf mit mir rein. Ja, dann machst du ja dann so. So. Du hast mal gesagt, Spongebob ist deine Lieblingsserie. Ja, aber das ist ja eher so eine Kinderserie. Weil da ist ja nicht so, wo man so richtig so spannend davor sitzt und sagt, boah, jetzt will ich wissen, wie die nächste Folge ist. Das sind ja eher so Kurzfilmchen. Wir reden ja von richtigen Serien, wie jetzt zum Beispiel so House of Cards oder The Walking Dead und sowas. Aber ich kann mich da, ich werde da nie richtig fahren mit Serien, bin ich ganz ehrlich. Was, was? Matthias, ich größe Sie, willkommen zur letzten Meilei-Show. Icali? Was? Magst du das Gän? Magst du das Gän? Ich mag das Gän, ja. Und ich finde es pannend. Ich finde es sehr pannend. Ich finde es sehr, sehr pannend. Ich bin sehr, sehr pannend. Ich finde es sehr, sehr pannend. Tschüss, Roboter. Ich mag das Gän.